Der weiße Zwerg mit der Bezeichnung SDSS J1228 plus 1040 ist nicht allein. Ein britisches Forschungsteam hat jetzt ein bis zu 600 Kilometer großes Objekt entdeckt, das die Sternenleiche in rund zwei Stunden umläuft. Extrem! Und extrem seltsam! Was kann das sein? Ein Planet ist es nicht. Höchstwahrscheinlich besteht es aus Metall und es ist enormen Gezeitenkräften ausgesetzt. Was passiert da? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich Willkommen! Weiße Zwerge, das sind quasi Sternenleichen, die sich am Ende der Entwicklung von Sternen bilden. Auch wenn sie etwa so groß sind wie die Erde, vereinigen sie eine gesamte Sonnenmasse in sich. Anfangs beträgt ihre Oberflächentemperatur unglaubliche 10.000 bis 100.000 Kelvin. Im Grad Celsius ist das ein ähnlicher Wert bei diesen hohen Temperaturen. Wow! Doch weil sie über keine zusätzliche Energiequelle mehr verfügen, kühlen sie langsam aus und sie enden als schwarze Zwerge. Das passiert innerhalb von vielen Milliarden Jahren. Solcher weißer Zwerg befindet sich auch im Sternenbild Löwe. Seine offizielle Bezeichnung lautet SDSS J1228 plus 1040. Auch er hat etwa die Größe der Erde und vereint 70 Prozent der Sonnenmasse. Aufgefallen war er dem britischen Forschungsteam, weil sein Spektrum bei den Analysen die Emissionslinien von Calcium offenbarte. Die Fachleute beobachten den weißen Zwerg schon seit 15 Jahren, unter anderem mit dem Teleskop Grand Telescopio Canarias auf der Kanareninsel La Palma. Sein Spiegeldurchmesser beträgt 10,4 Meter und die Arbeit hat sich gelohnt. Denn jetzt steht fest, der weiße Zwerg ist nicht alleine. Die Experten und Expertinnen haben mit Hilfe von spektralen Analysen einen Begleiter der Sternenleicheding festgemacht. Es handelt sich um ein Objekt, das bis zu 600 Kilometer groß ist, den weißen Zwerg mit einem Abspann von nur einer halben Million Kilometer in rund zwei Stunden umläuft, also nicht 365 Tage, wie es zum Beispiel bei unserer Erde der Fall ist. In kosmischen Dimensionen ist diese Distanz quasi nichts und so wirken gigantische Gezeitenkräfte auf ihn ein. Nach Angaben des Forschungsteams kann es sich deswegen nur um ein äußerst metallreiches, massives Objekt handeln, das diesen Gezeitenkräften überhaupt standhalten kann. Denn normalerweise müsste jedes Objekt, das sich einem weißen Zwerg so nähert, auseinandergerissen werden. Zum Vergleich, wenn es sich bei der Konstellation um unser Sonnensystem handeln würde, würde sich der Begleiter innerhalb der Sonnenoberfläche bewegen. Fest steht jedenfalls, dass die Strahlung des weißen Zwerges das Objekt so sehr aufheizt, das Material verdampft. So bildet sich ein gelber Schweif. Wow! Doch wobei handelt es sich bei diesem Begleiter? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass es sich um einen Planetenrest handelt. Konkret könnte es der metallische Kern eines ehemals größeren Felsplaneten sein. Also quasi unsere Erde, befreit von den ganzen Steinen und nur noch der Metallkern. Dem Forschungsteam zufolge könnte dieser bei der Entwicklung seines Zentralgestirns zum weißen Zwerg zerstört worden sein. Heißt also im Klartext, der weiße Zwerg hat die äußeren felsigen Schichten weggerissen, so dass nur noch der metallische Kern überblieb. Spannend ist vor allem das Verfahren, das die Forschungsgruppe angewandt hatte, um den Begleiter überhaupt erst aufspüren zu kennen. Denn direkt sichtbar ist er aufgrund seiner direkten Nähe zu dem weißen Zwerg nicht. Was erschwerend hinzukommt, von der Erde aus gesehen läuft er nicht vor dem Zentralgestirn. So könnte man ihm also auch durch eine immer wiederkehrende Verdunklung nicht aufspüren. Und so halfen sich die Fachleute mit einer Spektralanalyse, also dabei wird das Licht analysiert. Hier konnten sie rätselhafte periodische Verschiebungen der Calcium-Emissionslinien beobachten. Und periodische Verschiebungen sprechen für ein umlaufendes Objekt. Genau genommen ging es hier um die sogenannte Akkretionsscheibe, die dafür sorgt, dass immer zum Material auf die Oberfläche des weißen Zwergs heruntergeht. Diese Akkretionsscheibe rotiert charakteristischerweise um ein zentrales Objekt und transportiert, also akkreditiert, Materie in Richtung des Zentrums. Nur weil also immer neues Material nachströmt, ist dieses überhaupt erst im Spektrum sichtbar. Denn solche schweren Elemente sinken aufgrund der Schwerkraft direkt ins Innere der Sternenleiche. Die rätselhaften spektralen Verschiebungen, diese regelmäßigen, die das Forschungsteam beobachtet hatte, können der aktuellen Studie zufolge einzig und allein mit der Existenz eines Objektes mit geringer Masse erklärt werden, dass den weißen Zwerg umläuft. Das nun erstmalig angewandte Verfahren hat großes Potenzial, denn es könnte Astrophysikern und Physikerinnen weltweit eine große Hilfe dabei sein, weitere Begleiter von weißen Zwergen zu entdecken. Und so könnten dann auch weitere Rätsel zum Schicksal von Planetensystemen gelöst werden. Es ist wirklich irre, was da draußen im Weltall so alles passiert. Vielleicht können ja zukünftige Generationen dorthin reisen und solche Phänomene selbst erforschen. Das wäre ein fantastisches Zeitalter und möglich wäre das vielleicht so. Generationsschiffe, Leben und Sterben im All. Draufklicken, anschauen und Raumzeit, Vlog der Zukunft abonnieren. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.